Hallo meine lieben, GeolebenTV zu sehen. Bevor wir jetzt einfach mit dem folgenden Video einmal loslegen werden, habe ich eine kleine, aber sehr entscheidende Bitte an euch alle. Und zwar schreibt mir doch bitte alle, die das Video jetzt hier sehen, einfach mal einen kurzen, aber kleinen Kommentar unten hinein. Warum? Weil es einfach meine Chancen erhöht, dass meine Videos wieder wesentlich weiter nach oben gereiht werden. Ich bin durch irgendeinen Fehler, ich glaube meinerseits, hier im Algorithmus unglaublich weit runtergefallen, sodass ich wirklich im Augenblick sehr schwer zu kämpfen habe, hier wieder etwas nach oben zu kommen. Also tut mir bitte einfach einen Gefallen und schreibt mir einfach mal einen Kommentar hier unten hinein. Und macht das einfach auch mal bei den nächsten Videos. Ich bin euch dankbar dafür und nun viel, viel Spaß beim folgenden Video. Ja, hallo meine Lieben, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Es dreht sich heute um eine Mail, die ich vor circa einem Jahr bekommen habe, und zwar mit folgenden Text. Hallo lieber Geo, wir schauen deine Videos nun schon eine Zeit lang und es gefällt uns, wie du das machst. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, welches eben Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise eben funktionelle, funktionale Lebensmittel herstellt und diese natürlich auch vertreibt. Hättest du nicht einfach mal Lust, ein paar von diesen Produkten zu testen? Das klingt natürlich gut, dachte ich mir. Und ich fühlte mich natürlich auch geehrt, wenn jemand an mich herantelt und sagt, teste doch mal du unsere Produkte. Es ist ja jetzt nicht wirklich die einzige Firma, es passiert ja immer wieder, dass Firmen anklopfen, klopf, klopf, klopf und eben sagen, hast du nicht mal Lust, einiges unserer Produkte zu promoten. Aber natürlich, ich bin ja auch ein Skeptiker, ich nehme ja hier nicht alles, was so daherläuft. Ich schaue mir natürlich schon ganz genau an, was ich hier eben auch vorstellen darf und was ich eben lieber lasse. Ja, und warum bin ich da einfach auch skeptisch? Erstens, es könnte ja da in jeder daherkommen und es kommen auch viele daher, die hier anklopfen und immer wieder möchten, dass ich hier etwas promote quasi und ich möchte mich ja nicht abhängig machen von Firmen, ich möchte in meinem Bereich unabhängig bleiben und da mag ich nicht das Gefühl haben, dass ich dann plötzlich irgendwas promote, zu dem ich zur Gänze eigentlich gar nicht stehe. Das andere ist natürlich auch, ich kann natürlich die Produkte testen, ja, ich kann sie ausprobieren, ich kann sie testen, aber ich bin kein Chemiker, der hier wie in einem Labor die Produkte in ihre Bestandteile zerlegt und ganz genau schaut, was nun drinnen ist. Was ich aber kann, ist natürlich, dass ich mir die Produkte ganz genau anschaue, dass ich sie ausprobiere, dass ich abkläre, abchecke, ob das auch gehalten wird, was eben auch draufsteht und was geht es denn hier eigentlich genau, was soll das Produkt denn überhaupt bewirken, was bewirkt es dann wirklich, was sind die Hauptbestandteile, aus welchen Grundstoffen sind diese Produkte überhaupt hergestellt, kommt, wo kommt es her, welche Zusatzstoffe sind drin und was sagen auch vor allem andere Menschen dazu, gibt es eben auch dann wissenschaftliche Studien und so weiter und so fort. Also das wird dann von meiner Seite schon ziemlich durchgecheckt und in dem Falle muss ich dann auch sagen, ich habe natürlich Produkte bekommen, ich habe sie ausprobiert und ja, zumindestens mal für so gut gefunden, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das noch etwas genauer an. Finde ich, ist es endlich an der Zeit, hier wirklich mal dieses Unternehmen vorzustellen und vor allem auch ein, zwei Produkte uns ein bisschen genauer anzuschauen, für die eben dieses Unternehmen, eigentlich sind es ja zwei, genau steht. Dreht sich vor allem auch mal um eine ganz spezielle Algen, meine Lieben, ja eine ganz spezielle Algenart vor allem und hier ist es nicht so wie die bekanntesten Algen, die wir eh alle kennen, Chlorella und eben auch die Spirulina, nein, es handelt sich um die AFA-Alge. Ja, zum Beispiel enthält eben auch die Alge alle Aminosäuren essenzielle wie nicht essenzielle und es deckt sich fast mit dem Aminosäurenprofil des menschlichen Körpers, also hier kann ich etwas einblenden, wo man wirklich sieht, hier ist echt das Aminosäurenprofil, diese Alge fast identisch wie die in unserem Körper und da denke ich mir, wow, da geht ja schon ziemlich was zusammen, das muss doch irgendwo seine Wirkung zeigen. Und jetzt einfach mal ein paar Fakten zu dieser Alge. Die AFA-Alge sind die Uranen aller Lebewesen, Bakterien, Pflanzen und Tiere. Menschen haben sich aus ihnen entwickelt. Algen sind für 90% der gesamten Sauerstoffproduktion zuständig. Es gibt tausende Arten der blaugrünen Alge, doch uns interessiert vorwiegend die AFA-Alge aus dem Clamers Lake. Und dieser Clamers Lake ist in Oregon und liegt auf 1900 Meter über dem Meer. Ein extrem heftiger Vulkanausbruch vor ca. 7000 Jahren sorgte dafür, dass die Algen im See bis heute ganz speziell mit vielen, vielen Mineralien versorgt werden. Die spezielle Lage, genug Regen am Randgebiet des Westens und 300 Sonnentage in der Ostlage des Sees sorgen für perfekte Bedingungen. Ja, hallo meine lieben GeolimTV zu Seher. Es ist schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Ich bin ja hier jetzt unterwegs auf meiner Deutschlandtour und heute glaube ich schon die fünfte Station innerhalb von vier Tagen. Ja, da ist einiges zu tun. Unviel Kilometer auf den Autobahnen. Aber jetzt bin ich bei einem ganz interessanten Herrn gelandet, bei Manfred Ludwig, der auch eine Firma betreibt oder vielleicht sind es sogar zwei, ganz durchgeblickt habe ich noch nicht, die mit, wie würdest du sie nennen, Manfred? Mit Vorholgen? Nicht mit Nahrungsergänzungen, sondern... Mit funktionalen Lebensmitteln. Mit funktionalen Lebensmitteln zu tun hat. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe bisher, ist er da unglaublich experimentierfreudig, wenn ich das so sagen darf. Und du bringst, glaube ich, wirklich auch Produkte auf den Markt, die man so, glaube ich, zum Teil nicht überall so findet. Manfred, auf jeden Fall mal herzlichen Dank für die Einladung und dass wir da ein bisschen nachschauen dürfen. Vielleicht magst du einfach mal kurz selber vorstellen. Ja, gerne. Erstmal danke, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, bitte, gerne. Freut mich. Ja, also ich habe vor 23 Jahren nicht mehr auf Blue Green gegründet. Und noch davor eigentlich die Firma 999 Energy. Und meine Aufgabe sehe ich daran, Produkte bereitzustellen, die den Menschen weiterhelfen, die sie in ihre Energie bringen, die sie auch in die Verantwortung bringen, was auch dein Anliegen ist. Und das so effektiv wie möglich auf allen Ebenen. Das ist so das Anliegen, was ich habe. Und ich habe angefangen mit dieser Sache in erster Linie mit Alpha-Algen, da vor 23 Jahren. Und aus diesen Alpha-Algen, das sind reinen Algen, sind nun Rezepturen geworden. Und es kamen noch Stoffe dazu, mehrere Stoffe dazu. Und bei der Firma 999 Energy arbeite ich heute mit alchemistischen Essenzen, die ganz viel Energie, ganz viel Power in die Produkte bringen und sie sehr viel stärker machen, als man das eigentlich so von solchen Produkten erwartet. Dann, lieber Manfred, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch die Produkte einmal an, so, dass du einfach vielleicht einmal die zeigst, wo du sagst, okay, das sind so meine Vorzeigeprodukte. Die Grundlage von Blue Green ist ein Affa-Algen aus einem Klammer-Slake in den USA. Und ich nehme die, weil ich mich einfach frischer und vitaler und lebendiger fühle damit. Und das hat seinen Grund, Affa-Algen, wir haben Spirulina, Chlorella und Affa, das sind so die drei Mikro-Algen auf dem Markt. Und Affa ist die, die fürs Gehirn zuständig ist. Weil es sind Stoffe drin, zum Beispiel eine kleine Menge Taurin, das können sie alle, Taurin verleiht Flügel. Es ist PA drin, Phenylethylamin. Das macht gute Laune, das produzieren wir selber im Körper, wenn wir verliebt sind, wenn wir gut gelaunt sind, wenn wir joggen, es macht den Kick, beim Joggen. Und das ist ganz viel in der Affa-Alge drin und erklärt wahrscheinlich eine ganze Reihe von den Wirkungen dieses tollen Gewächses. Und wir haben schon vor 15 Jahren festgestellt, dass diese Kinder, die in der Schule unruhig sind, die sich nicht konzentrieren können, die zappelig sind, dass sie sehr gut auf die Affa-Alge reagieren. Und es mag an dem PA liegen, das weil diese Kinder normalerweise zu wenig davon haben und es damit ausgeglichen wird. Aber auch die ganzen anderen Eigenschaften der Affa-Alge, die aufs Gehirn gehen, ist das ideal für Kinder, dass sie besser konzentrieren können, dass sie besser zurechtkommen. Okay, Maffe, Also das ist jetzt der Unterschied zwischen den Kids Plus und dem Blue-Green, Affa Basic. Was ist da, ist das gleich oder ist... Nein, da ist schon ein Unterschied. Wir haben auf Kongressen und Informationsveranstaltungen zum Thema Hyperaktivität gelernt, dass Kinder, die zappelig sind und hibbelig sind, in der Regel, in der Regel heißt in dem Fall, weit über 90% auch Probleme haben mit dem Verdauungstrakt. Das heißt, sie haben Verdauungsschwierigkeiten. Deswegen haben wir hier zu der Affa-Alge noch die Syncopact-Enzyme, die helfen, gekochte Nahrung zu verdauen. Und wir haben Probiotik, wir haben lebendige Darmbakterien mit rein, die die Darmflora aufbauen und stützen. Das ist der Unterschied zwischen, der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Kids und dem Affa. Okay, aber das war jetzt glaube ich sehr wichtig auf jeden Fall. Das heißt, das arbeitet auf mehreren Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Affa, sondern auch eben Verdauungstrakt dazu. Und ja, deswegen haben wir da glaube ich recht gute Erfolge bei Kindern, die unruhig sind. Ja, meine Lieben, das war jetzt mal einiges von Manfred Ludwig zu seinem Unternehmen und vor allem eben auch zur Affa-Alge und der Firma Blue Green. Ja, genau, aber die 999 Energy ist eben genau das, wo ich vorher eben auch gesagt habe, hier werden die Produkte energetisch mit einem ganz speziellen Verfahren noch einmal aufgeladen. Und dazu habe ich Manfred Ludwig eben auch noch einmal befragt. Und da schauen wir uns jetzt auch gleich noch einmal an. Ja, bei die Produkte von 999 Energy zeichnen sich dadurch aus, dass ich in der Regel alchemistische Essenzen verwende, die den Rohstoff an sich um ein Vielfaches verstärken. Also ich mache das so, dass ich die Rezeptur mache, dass ich in der Regel den zehnfachen Effekt habe wie vorher. Sie kennen vielleicht Maka-Wurzel oder Affa-Alge habe ich ja schon erklärt. Oder Affa-Alge. Ich habe ein Produkt gemacht, das heißt Maka-Mal. Das ist Maka-Wurzel und Affa-Alge. Und normalerweise, wenn Sie Maka-Wurzel kennen, dann wissen Sie sechs bis acht Kapseln am Tag und das über Wochen. Und irgendwann merken Sie auch die Wirkung. Bei Maka-Mal, das ist Affa-Alge und Maka-Wurzel zusammen und eine Essenz von jedem dabei. Und davon nehmen Sie eine Kapsel am Tag und entweder Sie spüren es oder Sie spüren es nicht. Also Sie müssen nicht erst mal zwei Dosen futtern und dann festzustellen, es könnte sein, es tut. Also es tut gleich, sofort und das macht den Unterschied. Und auch wenn die Produkte preislich in der Regel höher liegen, dadurch, dass sie am meisten mit einer Kapsel oder mit wenigen Kapseln auskommen am Tag, relativiert sich das wieder und zum Teil billiger als das andere. Ich wollte ein paar Produkte vorstellen. Blue XS Mark III, das ist sozusagen das Best of, was ich gemacht habe. Da sind Affa-Alge drin, da ist Maka-Wurzel drin, da ist Ziegen-Polastrum drin, da sind Granatäpfel drin, da sind Raubenkerne drin. Alles, jeder Rohstoff für sich, jeden Rohstoff für sich können Sie kaufen als Kapsel oder in Tabletten. Hier haben Sie alles in einem und ich empfehle am Anfang, zwei Kapseln am Tag zu nehmen, sind 120 Kapseln drin. Später, wenn Sie die erste Dose leer haben, da reicht eine Kapsel, um sie auf einem hohen Niveau zu halten. Das Immunsystem ist optimal auf nahe 100% von dem, was es leisten kann. Und es hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich darf gar nicht alles sagen, weil Sie wissen ja vielleicht, es darf satt machen, es darf schmecken und es darf grün aussehen. Ich habe Nrf2 Plus gemacht, als Unterstützung für das Gehirn, auch für die kognitiven Fähigkeiten, ganz klar. Auch das Nrf2 Plus ist eine ganz ausgefeilte Rezeptur. Da finden Sie Sachen drin, wie Afferalden, Binko, Brokkoli, Heidelbeeren, Chili, Pfeffer. Es ist eine ganz verrückte Mischung, aber sie ist unheimlich effektiv für geistige Frische, für Wachsein. Wir haben dieses Produkt auch als Grundlage genommen für das Produkt Kids Brain von Blue Green. Das ist eigentlich für die Erwachsenen. und Kids Brain ist halt das Gleiche für die Kinder. Wenn ich Produkte entwickle, dann mache ich das grundsätzlich so, dass ich ein Ziel habe, eine Funktion zum Beispiel zu erreichen und ich entwickle auch diese Funktion hin und erst wenn diese Funktion aus meiner Sicht zu 100% oder mehr erreicht ist, dann gehe ich dran, dieses Produkt auch zu kalkulieren und schaue, dass ich dann auch meine Kräuter finde dafür. Ich entwickle nicht nach dem Preis, von wegen ach, da ist was und soll 10 Euro kosten. So etwas mache ich nicht. Ich mache es so, dass es funktioniert und erst wenn ich weiß, aus eigener Anschauung und Test und den Leuten um mich herum, wenn das okay ist, dann geht es in den Verkauf. Ja, mein Lieber Manfred, das war eine sehr ausführliche Beschreibung in deiner, wie du mir gesagt hast, für dich wichtigsten Produkte. Sehr, sehr interessante, kleine, feine Firma eben auch, die sich mit Naturmitteln einfach auseinandersetzt. Ja, meine Lieben, das war jetzt ein total wichtig, total schöner, interessanter Ausschnitt zu den Firmen Blue Green und 99.9 Energy. Vor allem hier der Gründer voran, Manfred Ludwig mit einem kleinen Team, das ich hier eben auch kennenlernen durfte, hier in Rheinheim am Land, nicht in der Nähe des Rheins, aber in der Nähe von Darmstadt. Und ja, mein Lieben, ich kann es echt empfehlen, schaut doch einfach mal auf die Webseite dieser Unternehmen. Sehr, sehr interessante Produkte, energetisiert, eben auch noch ganz speziell und es zahlt sich auf jeden Fall auf, wenn ihr hier auch mal vorbeischaut und vor allem auch eben diese AFA-Alge, die hat es echt auch total in sich, weil die da, da passiert unglaublich viel, also die gleicht dem Körper einfach wahnsinnig viel aus. Schaut einfach mal vorbei bei der Homepage und ja, das war es dann auch wieder von meiner Seite. Ich sage von hier aus nochmal ganz liebe Grüße nach Rheinheim zu Manfred Ludwig und seinem Team und ja, das war es dann auch von meiner Seite. Lasst mir eure Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was euch hier so einfällt. Wisst ihr in der Infobox stehen alle von mir empfohlenen Produkte und hier habe ich noch einmal die Webseite von Blue Green 99 Energy und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist sowieso, bleibt gesund und wenn es auch nicht Zeit hat, dann werdet es auf jeden Fall. Jawohl, ich freue mich auf das nächste Video. Wir sehen uns, papa, tschau, tschüss, macht es gut, servus. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020